Okay, aber dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu dem größten Volksfeind dieser Vereinigung, Björn Höcke. Der sich aber selber tatsächlich immer als den größten Volksfreund sieht und der, wie wir auch in der Beschäftigung mit seinem eigenen Werk sehen werden, gar kein so großes Problem hat, sich auch tatsächlich, wie es von außen immer gesagt wird, als der völkische Flügel oder der Kopf des völkischen Flügels der AfD darzustellen. Wir haben ja auch schon so ein bisschen über den wachsenden Machteinfluss und die stärkere Prägung der Partei durch ihn und durch den Flügel, der zwar offiziell 2020 aufgelöst wurde, aber inoffiziell immer noch großen Einfluss in der Partei hat gesprochen. Ich finde es auch ganz spannend, wenn man sich anguckt, wie die anderen AfD-Politiker darauf reagieren. In der Vorbereitung auch auf den Podcast habe ich mir recht viel Interviews mit AfDlern und anderen Konservativen über die AfD gesehen, wie sie das alles einschätzen, wie sie sich selber dazu abgrenzen. Was ich sehr spannend fand, war ein Interview von Alice Weidel im Schuler-Fragen-Was-Ist-Podcast. Das ist so ein konservativer Interview-Podcast von einem ehemaligen Bild-Redakteur. Darin verteidigt sie Höcke gegen die Faschismus-Vorwürfe, auch wenn man wirklich so zwischen den Zeilen dann so eine leichte Resignation bei ihr raushören kann, dass dies auch nicht nur aufgrund von tatsächlichen inhaltlichen Nähen von den beiden passiert und eben einer Abwehr von linker Kritik, sondern auch aufgrund seines immensen Einflusses in der Partei passiert. Man kann es ja auch wirklich so bewerten, dass sich inzwischen Björn Höcke nach diversen Kontroversen und auch immer wieder dem geführten Ausschlussverfahren und einer großen Kritik, dass dieser Mann überhaupt weiterhin der AfD ist, er sich in seiner Rolle als rechtsradikaler Rebell und einer der Köpfe gerade der ostdeutschen AfD gefestigt hat. Er wird ja auch immer wieder als Grund für die Bezeichnung der AfD als faschistisch angeführt. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass man ihn selbst jetzt nach einem Gerichtsbeschluss, hochoffiziell nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Meiningen, mit rechtlicher Bestätigung als Faschist bezeichnen darf. Und wir wollen uns mal anschauen, was Höcke eben nicht nur anhand von ein paar öffentlichkeitswirksamen Zitaten, die er geäußert hat, Reden auf Demonstrationen, sondern wirklich anhand von seiner eigenen Veröffentlichung denkt und wollen uns dazu eben das Buch nie zweimal in denselben Fluss, was 2018 erschienen ist, anschauen. Das ist ein Interview von dem Journalisten Sebastian Hennig mit Björn Höcke, was aber jetzt nicht eben nur so ein kurzes Interview ist, sondern auf über 300 Seiten geführt wird. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was es eigentlich da mit dem Titel auf sich hat, das ist ganz interessant, das ist in Bezug auf den griechischen Philosophen Heraklit, der mal berühmterweise gesagt hat, man kann nie zweimal in denselben Fluss steigen. Das hat im Endeffekt so die Bedeutung, alles ist immer im Werden begriffen, alles vergeht. Was ganz interessant ist, dass Höcke eben diese Wassersymbolik auch nutzt, wenn er von seiner Volksdefinition spricht. Damit würde ich auch sagen, starten wir, weil das Volk ist wirklich im Zentrum von Höckes politischem Denken. Er sagt das eben so, dass ein Volk nicht als feststehend, sondern als etwas ist, das immer im Wandel bestehend ist und auch Nebenflüsse entwickeln kann. Spricht er beispielsweise über die diversen germanischen Völker. Was dann auch recht klar seine Abgrenzung zu so einem Staatsvolk-Denken darstellt, ist eben sein Bezug darauf, das sind jetzt auch die Worte, die er selber dafür verwendet, dass das Volk eine Fortpflanzungsgemeinschaft mit spezifischen phänotypischen Merkmalen ist und gleichzeitig auch kulturell definiert ist. Das zeigt ja im Endeffekt schon, wie er das definiert. Er sagt zwar selber, dass er keinen biologistischen Reduktionismus anhängt, aber im Endeffekt haben wir hier auch eine astreine biologische Volksdefinition aufgrund von Blut und von Abstammung. In seiner Selbstbezeichnung wählt er auch völkisch als passende Bezeichnung aufgrund der Zentralität des Volksbegriffes, bezeichnet sich gleichzeitig als radikal und weder links noch rechts, weil er möchte eben einfach nur Politik fürs Volk machen und dabei die Probleme an der Wurzel ansprechen. Das ist ja auch ein Take, der sehr gut in den Zeitgeist passt und auch eigentlich gut in dieses faschistische Bild. Also wenn man halt eben das Volk über alles halt erhöht, dann geht es ja auch in dieser Losung halt darum, etwas zu schaffen, was für alle Teile des Volkes, die sich dem nicht dann verweigern oder die dem entgegenstellen, objektiv gut ist aus der Sicht des faschistischen Weltbilds. Was ich ganz spannend finde, wenn man eben dieses Buch so liest, also ich habe beispielsweise jetzt Teile von eben diesen ganzen seiner Frühgeschichte und sowas im Schuldienst und so ausgelassen, wobei es da dann auch ganz interessante Gegendarstellungen gibt, beispielsweise von einem ehemaligen Schüler, der darüber berichtet, dass er immer sehr gerne oberkörperfrei Basketball gespielt hat als Sportlehrer, Sport- und Geschichtslehrer, um eben als junger Lehrer dann auch den Schülerinnen zu imponieren. Aber wie gesagt, das sind so biografische Diskussionen, die müssen wir hier nicht führen, uns geht es hier um den Inhalt von Höcke, ist, dass er immer wieder auch dann trotzdem so anklingen lässt, dass er sich eigentlich auch um die Konstruiertheit von den Sachen so ein bisschen bewusst ist. Also er schreibt dann beispielsweise auch, dass er anerkennt, dass das Volk als politisches Subjekt in der Blüte der Neuzeit mit dem klassischen Nationalstaat entsteht. Gleichzeitig verwendet er dann aber auch wieder diese ganze natürliche Herleitung davon und verwendet die Symbolik des Volkskörpers, was wenn er den Verlust schwacher Volksteile als Adalas bezeichnet. Und ich finde, wenn man das so liest, auch wenn es immer wieder versucht wird, von sich zu weisen, das ist einfach die klassische faschistische Volksdefinition, die da von ihm verwendet wird. Ich finde, das sieht man auch so ein bisschen an der angestrebten Weltordnung von Höcke. Eigentlich kann man das ganz gut mit dem zusammenfassen, was von der Neuen Rechten immer wieder etabliert wurde, nämlich mit dem Ethnopluralismus. Das ist vielleicht so ein Begriff, den kennt man aus der IB-Propaganda. Das ist so ein Konzept, das in der Neuen Rechten nach dem Zweiten Weltkrieg popularisiert wurde. Also manche sagen, das ist auch was, was schon früher angefangen wurde, aber da wurde es wirklich populär in der Rechten. Ich würde das auch eben dem klassischen Faschismus dahingehend entgegenstellen, dass es hier nicht, wie beispielsweise im deutschen Nationalsozialismus, um die Ausbreitung eines Volkes durch Eroberung, Ausrottung und Assimilierung anderer Völker, wie er jetzt in einem Lebensraumkonzept gilt, sondern um die Verteidigung der Homogenität und Identität der verschiedenen Völker in ihren als angestammt angesehenen Räumen. Das sagt Höcke im Buch auch eigentlich recht explizit. Jeder soll in seinem eigenen Raum wirken. Er bezieht sich dabei auch auf den deutschen Juristen Karl Schmitt, der auch im Nationalsozialismus gewirkt hat und bis heute recht einflussreich ist, tatsächlich sowohl in rechter als auch in linker Politik. Und der hat ein Interventionsverbot raumfremder Mächte gefordert. Und Höcke ergänzt dieses dann durch ein Investitionsverbot raumfremden Kapitals und ein Migrationsverbot raumfremder Bevölkerung. Einmal sieht man hier natürlich bei dieser Raumfremde dann eben den anderen Teil von dem Volkskonzept, nämlich eben den Boden als wichtigen Bezugspunkt, als angestammten Raum, auf dem so ein Volk sich dann eben auffällt. Und ich finde, hier sieht man aber auch den Bezug auf das Ideal einer konkurrenzfreien Welt der freien Völker entgegen jetzt des klassischen nationalsozialistischen Bild eines notwendigen Konkurrenzkampfes der Rassen. Und da finde ich immer total spannend, was eben in diesen rechten Utopien, weil es wird ja immer wieder beschworen, dass es eben diese Möglichkeit von einer ethno-pluralistischen Welt gibt und alle bleiben irgendwie so auf ihrer Scholle. Und dann sind auch alle glücklich, wenn man das Volk jetzt kulturell schön homogen und reingehalten hat. Und dann gibt es eben diese internen Konflikte und warum soll es dann noch externe Konflikte noch geben? Also was in diesen rechten Utopien natürlich immer wieder vergessen wird, ist, wie nah sie eigentlich den liberalen Utopien eines Endes kriegerischer Auseinandersetzungen durch internationale Kooperationen sind. Ihrem eigentlich vermeintlichen Gegenteil. Für mich würde ich auch sagen, es sind das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Konkurrenz zwischen den Staaten und damit den Völkern entsteht aber eben notwendig aus der Konkurrenz der Unternehmen im Kapitalismus und damit natürlich auch ein möglichst starkes Voranbringen der Staaten, der Unternehmen, die auf ihrem eigenen Grund und Boden wirtschaften mit einer Expansion ab einer bestimmten Stufe in andere Staaten. Könnt ihr auch gerne nochmal in unsere 20. Folge, warum wir von Imperialismus sprechen, reinhören. Was eigentlich sehr gut aufzeigt, warum das tatsächlich, würde ich sagen, das ist ja was, was uns immer so groß vorgeworfen wird, die jetzt einen freiheitlichen Kommunismus anstreben oder überhaupt auch eine sozialistische Übergangsgesellschaft. Das sind für mich wirklich Träumereien. Was ich wichtig als Ergänzung noch zu dem Part finde, ist, dass das eigentlich mittlerweile die dominante faschistische Erzählung ist. Die rechte NPD-Nazis und so sagen das halt. Also die sagen halt auch, ja, jeder soll halt an seinem Volks oder an seinem angestoppten Platz halt vor sich wirken und so weiter. Also diese ursprüngliche nationalsozialistische Raumnahmeideologie, die ist viel weniger vertreten. Die meisten sagen, wir sind ja keine Rassisten. Wir sind halt einfach nur dafür, dass alle da sind, wo sie halt hingehören. Das ist insofern ja relevant, weil Höcker sich an dieser Stelle ja dann dementsprechend überhaupt nicht unterscheidet von der Mehrheit der Leute, die sich offensiv und explizit als Faschisten, als Nazis selbst bezeichnen. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum ich das dann häufig so lächerlich finde, wenn dann eben von Liberalen, aber teilweise sogar auch von Linken irgendwie gesagt wird, oh ja, bald kommt die AfD an die Macht und dann stehen die Deutschen wieder vor Polen oder marschieren in Polen ein. Das ist halt einfach eine komplette Fehlcharakterisierung von dem, was diese Leute wollen. Was Höcke stattdessen will, was diese Leute stattdessen wollen und wo sie auch ihren Endkampf drin sehen, ist dann eben der Kampf gegen eine globale Weltordnung antinationaler Kräfte, die die Völker entmachten will, um sie für eine globale Elite wirtschaftlich einfacher verwertbar zu machen. Und das sagt er eben auch so explizit und ich finde, das schließt sehr gut an so einen klassischen Antikapitalismus von rechts an, der sich auf ein tatsächliches Phänomen des globalisierten Kapitalismus bezieht, bei dem eben durch die Monopolbildung in der Wirtschaft und den imperialistischen Einfluss bestimmter Staaten aufeinander nach und nach kulturelle Unterschiede aufgelöst werden und Kultur in vielen Punkten global vereinheitlicht wird. Das sehen wir beispielsweise bei der Dominanz der amerikanischen Filme auf der internationalen Filmlandschaft, dass das für ganz viele Leute eben absolut kulturell prägend ist entgegen vorheriger lokaler Heldensagen oder Lokalkultur oder bei dem Essen, was konsumiert wird. So, wir kennen das auch, dass Essen nicht mehr traditionell in kleinen Restaurants oder Gaststätten verkauft wird und immer mehr von ganz vielen lokalen Essenstraditionen verloren gehen, es dann vielleicht überhaupt noch so nationale Essenskulturen gibt und auch gerade die amerikanische Küche einen riesigen Einfluss auf die internationale Küche hat und es immer mehr internationalisiert wird. Und dieses Phänomen, was es nämlich ist, es ist ein Phänomen von der kapitalistischen Marktwirtschaft, wird eben nicht in diesem Charakter gesehen, dass es einfach ein Beiprodukt ist, was notwendig aus den Gesetzmäßigkeiten dieser Wirtschaftsform entsteht. Von der Monopolbildung einfach, weil halt auch natürlich durch die Globalisierung sich der Markt sehr stark internationalisiert hat und dann gibt es halt, wie auch auf einer lokalen Ebene, eine Monopolbildung auf internationaler Ebene und dann gibt es einfach Konzerne wie jetzt Coke oder Nestle, die sich in der Konkurrenz international auch durchgesetzt haben und dementsprechend jetzt das gleiche Zeug halt überall zu finden ist auf der ganzen Welt, weil sie einfach andere, kleinere Unternehmen oder vergleichbare auch geschluckt haben oder verdrängt. Ja, und das ist ja auch wirklich die Misere an dieser ganzen Kiste von eben dieser nationalistischen rechten Kulturpolitik. Das haben wir auch mal in der Folge selber zum deutschen Nationalismus besprochen, dass diese Leute, die sich als vermeintlicher Schützer von der Kultur und von der Lokalkultur darstellen, eigentlich selber auf der einen Seite natürlich durch eben den Nationalismus, der immer Lokalkulturen vereinheitlicht und auch wirklich so ein recht banales Niveau dann irgendwann bringt, aber auch durch ihr Beharren auf eine kapitalistische Marktwirtschaft selber aktiv an dieser Zerstörung beteiligt sind. Und sie sehen dann eben nicht diese Phänomenhaftigkeit von dieser kulturellen Monopolbildung, sondern machen das eben dann zu der Zielsetzung von einer finsteren Elite aus, die eigentlich den Kapitalismus nur dafür benutzt, um dieses Ziel am Ende der Vereinheitlichung der Völker, der Auflösung von Identität durchzusetzen. Und das ist auch eben eigentlich eines der grundlegenden Problematiken, neben natürlich den ganzen antisemitischen Versatzstücken, die da drin sind, von so rechter verschwörungsideologischer Analyse von diesem Phänomen. Die können solche Phänomene eigentlich immer nur als zielgerichtete Aktion verstehen. Das, finde ich, zeigt halt auch im Kern, dass sie den Kapitalismus nicht grundsätzlich verstehen. Und da können wir uns auch einmal ein Zitat angucken von Herrn Höcke, was er eigentlich unter Kapitalismus versteht. Mit Kapitalismus meine ich also nicht eine sinnvolle Marktwirtschaft, die in einer erneuerten Volkswirtschaft ihren wichtigen Platz haben wird, sondern die einseitige Dominanz und Extremisierung eines Produktionsfaktors, des Kapitals und der Vereinnahmung der beiden anderen, Arbeit und Boden. Man kann dieses System mit der Formel zusammenfassen, Geld regiert die Welt. Dagegen stellen sich völlig zurecht Linke wie rechte Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker. Also das sind wirklich so Sachen, da kann man einfach an den Menschen, also der Typ ist ja superintelligent, so der ist halt ja für die Rechte eine absolute Lichtgestalt, der auch theoretisch dann auch in Teilen halt heraussticht und gut die Sachen formulieren und rüberbringen kann. Und dann in so einer Frage denkst du dir halt einfach so, weiß ich nicht, der ist halt rotzendumm. Also so, so, so. Was ist das bitte für eine Welterklärung? Lebt der auf dem Leichtplaneten? Ja, es ist halt wirklich irgendwie so diese banale Feststellung, dass wie bei so vielen politischen anderen Kräften man den Kapitalismus eigentlich schon anerkennt als so wichtige maßgebliche Organisation unserer Wirtschaftsform, aber manchmal führt das auch irgendwie zu blöden Sachen. Ja, gut erkannt. Den Kapitalismus macht er dann auch als einen Katalysator für den von ihm als Wurzel allen Übels angesehenen Wandel von der Neuzeit zur Moderne. Ich finde, bei solchen Ausführungen so banal sie am Ende des Tages dann auch sind, ist es auch doch kein Wunder, dass diverse Leute innerhalb der AfD, die sich explizit selber als Neoliberal oder als Libertär bezeichnen, zumindest Höcke in dieser Frage ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Da gibt es dann so Leute wie Joachim Kuhl vom christlich-nationalliberalen Flügel, der dazu sagt, dass ihn jetzt nicht die nationale Überhöhung Höckes vom deutschen Volk und der deutschen Nation stört, sondern sein Plan, die AfD, in eine fast sozialistische Partei umzufunktionieren. Ja, und andere wiederum in der AfD, die teilen dann auch so die Idee Höckes, dass die AfD sozialer werden muss, um es zur wirklichen Volkspartei zu schaffen. Da sind dann beispielsweise so Personen wie Jürgen Pohl, der auch Mitglied des Bundestags ist, von Alarm, dem Arbeitnehmerverband der AfD. Alarm! Alarm! Der sieht, wie Höcke gerade für Ostdeutschland eben mit seinen größeren sozialen Problemen als Westdeutschland sozialdemokratische Wirtschaftspolitik machen muss, da diese Wahl entscheidend ist, um in dieser Region wirklich stark zu bleiben. So wird beispielsweise bei denen auch ein Wohlstandslohn statt einem Mindestlohn gefordert und ein Ende von den Harzgesetzen und eine starke Begrenzung von Leih- und Zeitarbeit gefordert. Also solche Stimmen gibt es dann natürlich auch in der AfD. Und Höcke selber fasst das dann auch zusammen. Der sieht das dann eigentlich, was er sich unter einer gerechten Volkswirtschaft vorstellt, als eine patriotische Solidargemeinschaft in der Tradition der Sozialdemokratie. Da gibt es auch so Zitate von ihm zu dem Ganzen, die SPD hat unter Schröder ihre Seele verloren. Er betont immer wieder, dass man von Linken wie Lafontaine, Sarah Wagenknecht oder Bernie Sanders eigentlich lernen könnte, um das soziale Profil der AfD zu stärken. Und er steht auch tatsächlich so einem Querfrontbündnis mit den Linken offen gegenüber. Wenn die ihre antinationalen Positionen ablegen, das betont er immer wieder, da bezieht er sich beispielsweise auch positiv auf die Linke in Schottland, Irland oder Katalonien oder den sowjetischen Patriotismus im Zweiten Weltkrieg als möglichen Vorbild für so ein neues sozialdemokratisches nationales Revival in Deutschland. Auch das ist ja tatsächlich eine Parallele zwischen historischen Nationalsozialisten. Also wo er dann so eine Flanke offen hält, zu sagen, damals war die Linke ja noch viel nationalistischer geprägt, deswegen auch nochmal naheliegender. Aber wenn man sich dann halt auf bestimmte Punkte sich an irgendeinem Prozess von so einem Kampf gegen den Kapitalismus oder gegen die Eliten oder was auch immer, halt dann wieder trifft, dann kann man sich da auch wieder vereinigen. Wo man vielleicht hier tatsächlich dann auch zu einem historischen Vergleich zum Nationalsozialismus wieder ein bisschen sich hingezogen fühlt, ist in der ganzen Frage dann auch von der Wichtigkeit von eben diesen ökonomischen Positionen dann am Ende für dieses gesamte Parteienprojekt, weil der Nationalsozialismus hat sich natürlich gerne immer mit eben sozialer Politik geschmückt und hat auch eine ganze Zeit lang noch seinen schon eher linken Flügel rund um die Strasserbrüder und andere Personen toleriert. Aber bei der AfD zeigt sich auch, dass bei dem nationalsozialdemokratischen Flügel, wenn man ihn jetzt so hier nennen möchte, rund um Höcke und Pol, es so ist, dass sich bei den Fragen von Nationalismus und dem Thema Migration diese Radikalisierung auch innerhalb der Partei durchsetzen konnte, aber gerade wirtschaftspolitisch man wirklich alles andere als tonangebend ist und eigentlich sich diese neoliberale Linie immer weiter durchzieht. Wenn man es so sieht, glaube ich tatsächlich, dass auch die Feststellungen gar nicht mal so falsch sind, dass tatsächlich, wenn es irgendwann mal zu dieser Synthese kommen würde, klassische deutsche Sozialdemokratie, rechtsradikale Positionierung bei Nationalismus, Kulturfragen, Migration, das eigentlich auch eine extrem vielversprechende Mischung für die Rechte sein könnte, aber bislang scheint es so zu sein, dass sich eben die neoliberalen Positionen da immer noch viel stärker halten können. Ja und zu diesen Fragen Migration, wo er eben deutlich tonangebender innerhalb der Partei geworden ist, äußert sich Höcke natürlich auch, weil es eben ganz zentral in dieser Frage von Volk und dem deutschen Staat natürlich für ihn steht. Da sagt er eben zum Thema Migration, es wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Und da bezieht er sich eben, wie er schon gesagt hat, auf Peter Sloterdijk, der dies als einen möglichen Weg für den Umgang mit Migration nach Europa bezeichnet. Ich finde, diese Wortwahl nochmal hier betonen, das ist ja wirklich eine Sache, die AfD wählt ganz bewusst ihre Sprache aus für die Diskussion, um da eben auch neue Sachen möglich zu machen und auch das Denken der Leute zu einem gewissen Grad zu prägen. Und ich finde, wenn man solche Wörter wie wohltemperierte Grausamkeit für Migration verwendet, dann zeigt das einfach auch, was das wirklich, dieses Remigrationsprojekt, was da von Teilen der AfD angestrebt wird, bedeuten würde. Also es gibt ja einige Charakteristika für den Nationalsozialismus in Deutschland und aus dieser Wortwahl spricht auch dieses Technokratische wieder raus. Wir planen halt da diese Massendeportation und diese Vertreibung von Menschen. Also einfach nicht so willkürlich oder so, sondern das ist wohltemporiert grausam zu sein und das ist halt einfach so eine Kontinuität, die sich dann da in diesem Denken durchzieht. Hier möchte ich auch nochmal anmerken, dass ja auch von linker Seite immer wieder diskutiert würde, was würde das denn eigentlich bedeuten, wenn sich beispielsweise jetzt die faschistischen Kräfte in der AfD durchsetzen und an die Regierung kommen. Und was ich eine ganz richtige Überlegung dabei finde, wie das beispielsweise auch Fabian Lehr gut ausgeführt hat, warum es anders aussehen wird als zu der Zeit eben des Nationalsozialismus, mit der Gewalt, die von so einer Regierung ausgeführt würde, ist, dass eben die Nationalsozialisten sich einer wirklich gut organisierten, teilweise bewaffneten und extrem tief verankerten deutschen Arbeiterbewegung gegenüber sahen, die sie eben als erstes auch vor allen anderen Grausamkeiten vernichten musste. Durch KZ-Haft, durch massive Repression, durch Gewaltwellen. Und dass das jetzt was ist, was natürlich einer AfD-Regierung sich nicht gegenübersehen führt. Natürlich gibt es einen bürgerlich-liberalen Widerstand, aber eine wirkliche Arbeiterbewegung gibt es in der Form, nicht in Deutschland, die sich so eine AfD-Regierung in der Form wie bei den Nazis widersetzen könnte. Aber was eben in dieser ganzen Frage der Remigration für die faschistischen Teile dieser Partei das angeht, glaube ich, dass wir da dann, wenn so eine große Repression und Gewaltwelle sehen werden, wenn es tatsächlich zu eben einer Durchsetzung von den rechtsradikalen faschistischen Kräften innerhalb der AfD kommen wird und es da dann zu einer Regierungsbildung kommt, wo sie tatsächlich jetzt durchregieren kann, weil da werden wir auch noch gleich kommen, dass das natürlich eine Problematik von der AfD ist. Ja, und die Migration selber wird bei Höcke nicht nur als Folge von globalen Konflikten, Umweltzerstörung und ökonomischer globaler Ungleichverteilung, sondern als gezielte und gesteuerte Veränderung gesehen. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen bei seinem Antikapitalismus angesprochen. Aber hier nochmal ein Zitat, was eben diese Zielhaftigkeit gut zusammenfasst, die er da ausmacht. Völker und Kulturen sind in den Augen der Globalisten wertlos und als mögliche mächtige Gegenspieler lästige Störenfriede ihrer bizarren Agenda. Dieser Prozess ist schon seit vielen Jahren im Gange, angetrieben von einem antinationalen Netzwerk aus privaten Stiftungen, NGOs und supranationalen Institutionen wie der EU. Das läuft auf eine Art globale Freihandelszone mit entorteten und zersplitterten Menschengruppen hinaus, die dann umso leichter beherrschbar wären. Hier steht natürlich direkt die Frage im Raum, wie würde denn der Kampf gegen eine so existenzielle Bedrohung eines so apokalyptischen Szenarios, eines so krass gesteuerten Prozesses von oben dann konkret aussehen? Die Antwort steht ja auch hier wieder im Raume, mit welcher Mortalität und mit welchem energischen Kampf man damit darauf antworten würde. Ich meine, wir haben ja in unserer Folge zum Great Reset darüber gesprochen, dass auch hier wieder ein Fünkchen Wahrheit da dran steckt, dass es jetzt nicht komplett aus der Luft geholt ist, was hier gesagt wird, aber dass es einfach eine falsche Darstellung ist, dass hier irgendwie eine verschworene Elite diese Pläne einfach so eins zu eins umsetzt oder umsetzen kann, dass ja auch ganz unterschiedliche Interessen innerhalb dieser kapitalistischen Eliten, die es ja gibt, vorherrschen, diese auch gegeneinander kämpfen und die das nicht einfach so eins zu eins umsetzen können und so weiter. Und das natürlich auch gepaart jetzt wieder mit diesem völkischen Denken, wo dann halt gesagt wird, dass hier Leute halt komplett entortet werden, wo es eben ja wiederum dieses, okay, da sind halt nicht mehr die Menschengruppen an diesem Ort vorhanden, die vorher mal da waren. Fände ich es nebenbei auch wieder so eine Wortwahl, wo man dann sagen kann, mit entartet irgendwie ein Schelm, wer da böses denkt, ne? Aber schauen wir uns noch an, wie konkret auch die Strategie von Höcke zu dem Ganzen ausformuliert wird. Da steht eben im Zentrum das Bündnis mit der Straße. Er sieht die AfD als eine Bewegungspartei und hält die Trennung parlamentarischer und Straßenpolitik für falsch. Also sagt dann auch, dass es dann beispielsweise Vorbehalt in der AfD teilweise dagegen gab, bei Bürgerprotesten als Redner aufzutreten. Und das ist ja auch was, was er gerade sehr gerne gemacht hat. Sieht dann einfach keinen Grund dafür und sieht auch eigentlich die Stärke der AfD, was man, glaube ich, auch durch unsere Darstellung vor auch eigentlich so unterschreiben kann. Er sieht aber auch bei dem Ganzen, bei dieser Annäherung an den Straßenprotest und den Populismus, den die AfD vertritt, auch eine gewisse Problematik, auch aus so einem elitären Denken eigentlich heraus. Was, finde ich, dann auch nochmal vielleicht so ein Punkt ist, den wir bei dieser Unterscheidung Rechtspopulismus, Neofaschismus nicht so stark angesprochen haben. Was, finde ich, dann auch nochmal Höcke eigentlich ganz gut entgegen, wirklich so absolut entfesselter Populisten charakterisiert. Er sagt nämlich auch, das Volk, was wir jetzt vorfinden in Deutschland, stark fragmentiert ist und man muss auch mal gegen den Willen, den ganz konkreten, jetzt direkten Willen des Volkes in seinem Interesse regieren. Also es ist nicht alles, was vox populi ist, was das Volk so von sich gibt, jetzt komplett für bare Münze zu nehmen und direkt in Politik umzusetzen, sondern man muss sich ganz genau anschauen, eigentlich wie das Verhältnis von einem Vater und Kind, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass man auch manchmal in seinem Interesse gegen seinen Willen dann handeln muss. Das, finde ich, zeigt eigentlich auch ganz gut so einen Unterschied zu klassisch-demokratischem Denken, aber auch zu basisdemokratischen sozialistischen Ansätzen, wie wir sie vertreten würden. Das passt natürlich auch ganz gut in sein Bild von sich selber als der große rechte Intellektuelle in der parlamentarischen Politik. Zusammenfassend kann man eigentlich so sagen, der Kampf soll dann von drei Fronten geführt werden. So wie wir es gerade schon angesprochen haben, einmal von Straßenbewegungen, führt da beispielsweise Pegida als richtungsweisend an, zweitens parlamentarisch, logischerweise durch die AfD, und drittens noch als Ergänzung durch frustrierte Teile des Staats- und Sicherheitsapparates, die auf ihr Remonstrationsrecht zurückgreifen. Ein Remonstrationsrecht, das ist eigentlich, dass man eine Weisung, die man als Beamter beispielsweise bekommt, auf die Rechtmäßigkeit dann überprüft. Das ist auch so eine Sache, das ist jetzt unklar, wie das Letzte zu lesen ist. Ich habe auch parallel zu dem Buch so eine liberale Analyse von dem Ganzen gelesen von Lipmod, die findet ihr auch unten in der Infobox. Da wird das eigentlich als Bezugnahme auf den bewaffneten Aufstand gesehen und da werden so Parallelen dann zu Tag X angeführt. Ich habe es jetzt eigentlich in dem Kontext eher als den Aufruf zu Befehlsverweigerungen gelesen. Das ist so eine Sache, wo ich vielleicht dem auch so ein bisschen widersprechen würde, wenn man sich jetzt auch noch die restlichen Seiten dazu anguckt. Aber es bleibt halt vage und ich finde beide Lesarten, gerade auch mit der politischen Historie von Höcke, eigentlich valide. Er hat dann auch bei einem Scheitern eine Exit-Strategie angeführt und da sagt er eben, dass es dann Siedlungsbewegungen in ländliche, ethnisch homogene und politisch nationale Regionen braucht. Die bezeichnet er dann als gallische Dörfer des Widerstandes, an denen sich die neuen Römer in den verwahrlosten Städten... Das ist halt so gestört, ne? Es ist einfach nur vorzulesen, das ist halt so abartig und verstörend. Okay. Also, die bezeichnet er dann als gallische Dörfer des Widerstandes, an denen sich die neuen Römer, die in den verwahrlosten Städten residieren, an den teutonischen Asterixen und Obelixen die Zähne ausbeißen. Zoller, ey. Das ist ja auch wohl großer Asterixen-Normale. Ja. Ich finde wirklich, das ist so eine richtige Revolutionsstrategie, ne? Das ist halt sehr explizit. Was ja auch ein wichtiges Charakteristikum ist, er ist halt kein reiner Politiker, sondern er hat einfach diesen Anspruch auch von so einem Nationalrevolutionär und das wird sehr, sehr deutlich dadurch, dass er halt eben nicht sagt, ja, wir machen das jetzt einfach irgendwie über die Parteienlandschaft, machen unsere AfD an die Macht, dann machen wir ein paar Reformchen und gut, sondern ihm ist halt bewusst, dass sein Weg nur mit einer dauerhaften Massenbewegung, nationalen Massenbewegung auf den Straßen, in der Gesellschaft einhergeht und halt auch mit der Unterstützung aus den bewaffneten Apparaten dieses bestehenden Staates. Und ich finde diese Charakterisierung, die du jetzt aufgemacht hast, als nationalen Revolutionär absolut richtig und ich finde, das sieht man auch nochmal ganz gut daran, dass er diesen Sturz, wie er sagt, der Altparteienregierung nicht nur als eine einzelne Revolution sieht, sondern wirklich verbunden mit so einer allgemeinen Revolte gegen die Moderne und der Einführung einer neuen Ära der Nachmoderne. Das ist ja auch so ein Bild, was sich in diversen Theorien findet, die sich gegen die Moderne richten, beispielsweise auch im Traditionalismus. Das ist ja so eine Vermengung eigentlich von Ultranationalismus, esoterischer Ideologie ist, aber auch in faschistischer Theorie. Das finde ich ganz spannend, weil dieser Begriff Nachmoderne klingt erstmal ganz komisch, weil man kennt ja auch Postmoderne. Höcke verneint nämlich, dass wir in der Postmoderne leben, sondern das eigentlich auch nur so eine bezeichnete Endstufe der Moderne ist. Also er macht da eigentlich auch so ein wirklich klassisches, apokalyptisches Bild auf und das, finde ich, zeigt sich auch wirklich gut in einem weiteren Zitat von ihm. Wir erleben die finale Auflösung aller Dinge, von den Identitäten der Geschlechter und Ethnien, den Familien, den religiösen Bindungen, über die kulturellen Traditionen, den Sinn für Form und Maß. Natürlich passiert halt nicht, dass halt sämtliche Herrschaftsformen aufgelöst werden, aber das ist für die Nazis gleich besetzt, dass halt diese Herrschaftsstrukturen die dort aufgezählt werden, halt aufgelöst werden. Das ist für sie eine Auflösung von allem, was ist. Ja, und genau das zeigt eben, was das Zentrum dieses Denkens darstellt und was auch das Zentrum von Höckes Denken darstellt. Es geht ganz primär um das Volk, um die eigene Identität. Aber ich muss dir natürlich jetzt hier widersprechen, weil Höcke macht nochmal ganz deutlich, dass er eben kein Nazi ist. Er kritisiert nämlich anhand von diesem Punkt, diesem Endpunkt der Moderne, was eigentlich jetzt die Auflösung von allem Guten und allem Erhaltungswürdigen für ihn bedeutet, dass der Faschismus, der Nationalsozialismus und der Staatssozialismus durch ihre gewalttätigen Revolten, weil er sieht das auch alles als ein Teil eben, als die großen gewalttätigen Revolten gegen die Moderne, dass sie eben dann in diesem riesigen Bombast, mit dem die das versucht haben, Trümmerlandschaften hinterlassen haben, die eigentlich dann den Sieg des globalen Neoliberalismus bewirkten. Und auch da finde ich spannend, dass er natürlich irgendwo auch wieder so ein reales, geschichtliches Moment aufgreift, dass eigentlich der Nationalsozialismus mit seinem großen Krieg, aber auch der italienische Faschismus und der japanische Faschismus, Schrägstrich Ultra, imperialistischer Ultranationalismus, wie auch immer man das da vor Ort dann charakterisieren mag, dazu geführt haben, dass sich die amerikanische Hegemonie weltweit auch gegen die vorherigen Kolonialmächte durchsetzen konnte. Deswegen braucht es auch nach ihm dann eine neue Bewegung abseits von Neofaschismus à la Casa Pound, das spricht er auch explizit an, dass sowas in Deutschland eigentlich nicht funktionieren wird, oder dem klassischen deutschen Neonazismus. Aber auch hier ist wieder, wenn man zwischen den Zeilen liest, sehr deutlich, dass es ihm eigentlich nur um eine Umsetzungs- und eine Strategiefrage innerhalb des faschistischen Milieus geht. Also er kann das natürlich nicht eins zu eins in der Öffentlichkeit so sagen, aber es wirkt halt einfach wie eine Strategiefindung. So wie wenn wir sagen, ja, der Staatssozialismus war halt eben fehlerhaft, hat halt auch der Revolution einen Bärendienst erwiesen, weil er halt eine Diktatur hervorgebracht hat, welche die Hoffnung der Arbeiter in Klasse weltweit auf eine reale soziale Revolution für Jahrzehnte zurückgeworfen hat, weil jetzt halt alle mit Kommunismus, Sozialismus, Diktatur verbinden. Heißt das ja nicht, dass wir vom Sozialismus abgeschworen haben, sondern dass wir halt sagen, wir vertreten den wahren Sozialismus. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was man eigentlich dann abschließend zu Höcke sagen kann, weil heißt das jetzt, dass er sich selber eben von diesen diversen Sachen abgrenzt, dass Höcke kein Faschist ist? Ist Höcke ein Nazi? Würde ich sagen, eher nicht, nach dem klassischen Muster eines Nazis. Ist Höcke ein Neonazi, so wie es bis zu den 90ern üblich war, mit eben eigentlich immer noch einem ganzen Revival und NS-Revisionismus auch nicht so richtig? Ist er sehr nah dran an dem, was beispielsweise so eine Partei wie die NPD oder jetzt die Heimat vertritt? Absolut. Ist er ein Faschist in dem Sinne, was eigentlich diese ganzen Grundmuster des Faschismus bedeuten? Absolut, ja. So, er sieht das Volk als eine biologisch-kulturelle Gemeinschaft, die eine harmonische Einheit mit dem Staat bilden soll, entgegen aller inneren Widersprüche, aller Klassenwidersprüche, aller unterschiedlichen Interessen der verschiedenen ökonomischen Fraktionen, welche dann auch durch Repressionen niedergehalten werden müssen, um nach außen hin als Nation neu geboren zu werden und dann eben auch die Kraft mit den anderen Völkern zu finden, um die volkszersetzenden Globalisten zu schlagen und mit den anderen Völkern dann, die in ihrem angestammten Gebiet natürlich verweilen, gemeinsam in Frieden und Eintracht zu leben. Und ich finde, mit dieser utopischen Vorstellung trifft er eigentlich genau den Kern von faschistischem Ding. Ja, und wer sagt denn nicht, dass es nicht auch einfach eine Aktualisierung des Faschismus eben geben kann? Also, nur weil man jetzt nicht alle Aspekte des klassischen Faschismus oder neuen Nationalsozialismus oder so vertritt, heißt das doch nicht, dass man dann kein Faschist mehr ist. Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich die Sache, die Höcke entgegen vieler dieser altbackenen Formeln auch nochmal besonders gefährlich und besonders auch interessant für viele Leute machen. Das ist so die Sache mit vielen der Sachen, die jetzt aus der neuen Rechten gekommen sind und auch mit dem, was Höcke jetzt in dem Buch da eigentlich vertritt, sehen wir wirklich eine strategische und inhaltliche Neuformulierung der klassischen faschistischen Formeln. Deswegen finde ich das auch so traurig, dass so häufig in der Linken immer auf diese alten Formeln verwiesen wird, die auch mit irgendwie diesen ganzen alten Bezeichnungen begriffen werden und auch diesen alten Mustern, als hätte sich der Faschismus wirklich seit dem deutschen Nationalsozialismus nicht mehr weiterentwickelt, als gäbe es nicht schon immer auch weltweit eigentlich eine Diversität faschistischen Denkens. Und vielleicht muss man das tatsächlich dann mit dem Buchtitel auch so sagen, nur weil es einmal diesen Faschismus gab, man tritt nie zweimal in denselben Fluss. Die Zeit vergeht und der Faschismus ist so auch in einer alten Form vergangen und wird in einer neuen Form auferstehen nach Höcke. Aber gut, genug von Bernd Höcke, äh, Björn Höcke. auch in einer neuen Form wieder und